Ich weiß gar nicht, wievielte Mal das jetzt ist, dass wir hier in Vellinden spielen. Aber eins weiß ich, nächstes Jahr machen wir da noch ein richtiges Fass auf. Weil im nächsten Jahr, liebe Leute, haben wir 35-jähriges Mühe-Gümbel. Auf meiner Fresse, was war das für eine Reise. Hätte ich im Leben niemals für möglich gehalten, als ich damals mit meinem Mofa einer Herkules-E3, damals noch von Lamm-Springe nach Alt-Gandersheim in ein Musikgeschäft gefahren bin, um mir meine erste Mutter Monika gekauft haben. Hätte ich nie für möglich gehalten, dass mich dieses Ding mal irgendwann im Leben bis nach Chicago bringt, um in einem der dort angesagtesten Blues-Clubs mit Bodyguys Legends mal zu spielen. Und immer so ein bisschen auch in Erinnerung an diesen Trip spielen wir eine Nummer von dem. Und einer der letzten, noch übrig gebliebenen, großartigen Chicago-Blues-Gitarristen. Eine Nummer von Bodyguys. Chicago-Blues, Ladies and Gentlemen. Oh, yeah. Ja, 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 ja. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018